Ich glaube, du hattest recht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Tag und schon ist es soweit. Ah, was zum? Alter, das ist voll krank. Echt, oder? Ich meine, mein zukünftiges Ich trägt Sandalen. Ich meine, dass du mir Carrie klauen wirst. Es soll Carwin heißen, nicht Carball. Du zerstörst Familien, indem du Frauen verführst. Und wie es aussieht, verführe ich nicht nur Frauen. Allerdings, ich dachte immer, ich hätte in dieser Beziehung die Hosen.